Hallo, ich bin die Anke von Menschenfreude e.V. und ich habe durch meinen Arbeitgeber eine super Chance bekommen, ganz viele Spenden zu sammeln für die Flutopfer. Guckt euch das mal an, was hier alles zusammengekommen ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Meine lieben Kollegen haben alles gegeben und ich bin denen sehr dankbar und es wird, glaube ich, ganz vielen Menschenfreude machen. Hallo, ich bin Esther. Ich habe von der Aktion von Menschenfreude e.V. im Intranet bei uns gelesen und habe gedacht, das finde ich super. Das hat eine Arbeitskollegin das ins Leben gerufen, die ich kenne. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau das Richtige, um sich irgendwie auch ein bisschen einzubringen. Und jetzt sortiere ich mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017